Was geht ab Abiturathleten? Mein Name ist Leo Eklund. Obwohl ich gerade auf Bali bin, will ich allen euch in Deutschland, die jetzt im Abi richtig abliefern wollen, dabei helfen, am Ende noch wirklich ihren Traumnotenschnitt zu bekommen. Bei mir hat das Ganze nämlich unglaublich gut hingehauen. Ich habe in der 11.12. schon ganz gut mitgemacht und Gas gegeben, aber auch nicht so krass, als ich jetzt gesagt habe, ich hatte einen mega heftigen Notenschnitt. Und ich stand am Ende von der 11. und der 12. Klasse auf 1,8. Und habe dann aber realisiert, hey, wenn ich in den Abiturprüfungen nochmal richtig, richtig Gas gebe, dann kann ich ja meinen Notenschnitt nochmal auf ein ganz neues Level heben. Und dann habe ich wirklich ein 1,0 in den Endprüfungen geschrieben und habe jetzt schlussendlich einen Notenschnitt von 1,4, mit dem ich sozusagen fast alles studieren kann. Und das bedeutet für euch, dass ab heute täglich, und ich meine wirklich täglich, Videos kommen, in denen ich euch mit meinen Erfahrungen helfe, einen Top-Notenschnitt durch die Abiturprüfungen zu erzielen. Weil im Nachhinein betrachtet, verstehe ich erst, wie geil die ganze Sache war. So viele Leute stressen dich in der 11. und der 12. komplett ab. Ja, du lernst da so viel, dass du dann am Ende eine gute Note am Ende vom Halbjahr, am Ende vom ganzen Jahr hast. Und ist auch gut so, wenn man das macht. Aber die Sache, die sich am allermeisten lohnt, die Sache, bei der es sich am meisten rentiert, richtig viel Arbeit reinzustecken, sind einfach die Abiturprüfungen. Und wenn du das machst, wenn du da jetzt wirklich für die nächsten Wochen alles gibst, dann kannst du nochmal richtig, richtig viel verändern. Und es ist einfach so geil, es ist einfach so geil, so viele, also wenn man sich das Verhältnis anschaut, wie viel ich gelernt habe, im Vergleich zu vielen anderen Leuten, und welchen Notenschnitt ich habe, im Vergleich zu vielen anderen Leuten, es ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen einfach richtig genial. Und das macht es für mich aus, smart zu arbeiten und nicht zwangsläufig immer nur hart. Deswegen meine absolute Empfehlung, gebt richtig Gas in der Abi-Phase und ich werde euch dabei helfen. Das ist etwas kompliziert mit dem, dass ich mir daran denke. Vielen Dank.